Sooo, ähm, gut, ähm, nein, na, äh, gut, okay, Dark Account, da, mittelst du, Foto, um dieses Mal hab ich gerade gedacht, das hier richtig zu benennen, war ja beim ersten Mal ein kompletter Hochbuch, sooo, oh, Wichel, was schon? They are Rake, brutal, without mercy, but you. Oh my god, sooo, unfair, ich dachte, der tritt voll den, 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 den Monster, genau den da. Oh my god, ja, ich schieße erstmal Rinde, äh, ich meine, man sieht ja nichts, außer, das, was sie da machen, und hinten sind uns ein bisschen sehr geschützt, von daher bin ich offensichtlich, äh, bin ich auch sehr zuversichtlich, dass das mir was bringt. Absicht zur Stille. Gut, das war schon mal die erste Welle. Ich denke jetzt mal hier rüber. Ich denke jetzt mal hier rüber. Fuck. 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 Gott, ihr kriegt mich nicht. Alter, du hast du mir da, du fieber. Ich hab mich. sag mal in meinen eigenen Rhein ist ja illegalisiert ist das ja so haben wir ein Mikrofon wo alter die Kälte sind ja ganz krass voll irritiert ich hab dich gesehen gut gut wir gehen jetzt mal hier hinter Entdeckung und speichern mal so okay oh mein Gott das Ding muss man uns aufheben was wow jetzt rennen wir noch genau rennen ab ach der ist jetzt mal gut hier okay wir kramen uns das Ding jetzt einfach mal und gehen nochmal irgendwo hin gucken wo es das Ganze hinführt boah watsch spinn ach du Scheiße boah alter was von hek ist denn hier bitte los boah alter gleich zwei weitere ah der bringt das nicht alt wie viel alter wie viel hier ist so okay was was bist du für einer malu ist wieder so langsamer ah guck mal nochmal dich hier an äh ah okay der ist relativ schnell ich frage dir was gibt es denn noch alter wow ja alter das ja das ja 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 ah Nice! Das hat mir mal gefallen. Achso, das war ja jetzt der hier, der so kacke ist. Mal gucken, wo es geht, wo geht es denn noch hin? Also da geht es den Jungs wieder hin, dann geht es hier hoch, dann geht es... Ach, da geht es noch hin. Okay. Okay. ok war doch gar nicht mal so schlecht hier war doch gar nicht mal so schlecht gut, sehen wir mal wieder bis man hier ausgangsbasis mal wieder hier zu besitzenden verhältnissen zurückkehren von hier kommen wir? ja gut, ok erstmal durchatmen gut, genau das hier haben wir alle schon geguckt so hier war das oh, sieht schon nice aus ok oh ach so der war auch hier hinten ok da hat echt einer noch nicht genug? hat ihm gerade mein Tollwut-Anfall nicht gereicht? da oben ist ein Blitz es gibt hier verschiedenste Sachen da ist mein Vaxin da ist auch ein bisschen was? da ist Leben hier ist Karakee oh, da ist Ruston aber nur ein kleiner ja ah, ok also hauptsächlich Munitionsvorräte und sowas alles gut ähm ansonsten da ist eine Tür da muss ich also wahrscheinlich hin ach so komme ich noch gar nicht hin gut die Frage ist wie kommt man da rein? ah ah interesse gut ich gucke mir trotzdem erstmal hier um ob hier noch was ist was ich früher gesehen habe ah blaue Karte das schau mal an keine Falle? komplette Gegner? das ist ja langweilig gut das heißt wir haben jetzt eine blaue Karte mit der können wir was ach hinten ist noch eine blaue Tür ach so schau mal da oben können wir noch gar nicht rein da ist ja rot wow brauchen wir jetzt mal noch eine rote Karte die finden wir dann wahrscheinlich hinter der blauen Tür sagt mir mein direktiv von dem Spürsinn äh wo ist die blaue Tür? ach da wow leu ja ja Das war's. Schon wieder so scheiße dunkel. Wow. Man sieht da hinten einfach gar nichts. Okay, den hab ich gesehen. Das Schöne ist, sie sind genau auf dem Niveau, wo ich sie sehen kann, aber sie mich nicht treffen können. Nein, wobei ich sie sehen kann, ist auch ein bisschen übertrieben. Nur wenn sie schießen. Ja, da musst du ein bisschen früher aufstehen. Okay. Guck, ich kann mich jetzt mal in Parkposition speichern. Boah, Alter. Was? 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 Da, da, da. Eee, da. So schütze ich dem Thema. Wie hinterhältig. Da geht man in den Raum, will zurückrennen und dann erst mal? Nope. Wow, krank. Na, da kommt mal her. Ich hab hier was Schönes für euch. Wer zuerst kommt, wird auch zuerst versegt. Wow, wow, wow. Wow, der war doch geil so viel drauf hier. Er bringt den Vergangenheit drum. Das war's schon. Ich hör mir so voll, als wenn da viel nicht mehr gewesen wären. Hä? Läuft. Na gut. Wow, wow. Was jetzt wieder? Gott, wie der Schock hat der von zu. Hallo? Oh, Mann. Oh, Mann. Na gut. Oh. Das habe ich gesucht, das habe ich gebraucht. Frage ist, wenn ich das mache. Ach du Kacke. Kommt ja wie gerufen hier. Geil. Vielleicht noch einen. Ach du Ernsthaft? Ich komme gerade nicht durch. Alter ist das mies. Okay, gut. Achso, der rote Skull. Ah, dann kommen wir damit jetzt in die rote Tür rein. Interessant. Gut, dann hole ich mir das Ding hier gleich mal. Das Video ist verdammt schnell, Alter. Ey, das ist ja... Boah. Das Ding hat wohl nie drauf. Boah, Alter. Ist ja hier wie in der Arena. Boah, Alter. Was geht denn hier? Boah, Alter. Ich will nicht sterben. Sag, meine Mam, jetzt rückt mir leid. Boah, Alter. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Da kommt ja gar kein Ende mehr. Was ist denn hier los? Boah, bitte was? Du bist schnell weg, ja? Oh mein Gott. Nein. Ich bin der Ge-Figte. Boah, Alter. Was für eine Scheiße. Hat irgendwann noch was für den Sinnvollen. Jawoll. Na dann noch mehr. Was ist das? Och, der oben, Alter. Boah, klingt das gewaltig auf mein Ohr. Was ist das? Holy moly. Was ist das denn? Das war's. Ist das hier krank, also was geht hier ab? Ich habe absolut keinen Plan, was hier abgeht, aber es ist geil. So viel extra hatte ich bei Doom for Doom schon lange nicht mehr, ganz ehrlich, es ist ja... Was denn? Komme ich hier vielleicht noch mal von hoch? Ah, hier kommt man hoch. Komm, komm! Ach du Scheiße! Alter, Wetter! Oh, ich würde nie wieder weg. Problem ist, du bist bei der großen Spinner, als die ist ultra langsam. So, komme ich hier hin. Komme ich überhaupt durch? Alter, von einem in den nächsten, Alter. Das ist ja so... Was geht hier ab? Was ist hier los, Alter? Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Können wir irgendwie mal sagen, wo das eigentlich hin muss? Also hier offensichtlich nicht. Wow. Ach, ich bin... Ersthaft schon wieder einer. Ich komme gar nicht mehr zur Ruhe. Noch so einer. Das Schöne ist, die sind relativ schnell, genauso wie diese roten Viecher. So, hier oben ist nichts. Vor allem muss ich auch schon wieder überlegen, ob man die überhaupt springen kann. Okay, ich habe gerade keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ach, hier ist es viel. Wow. Oh, das ist echt gut. Wow. Geil. Ist das krank. Alter, ist das geil. Weil eine gesamte Web, wo wir einfach nur in diesen, ähm, ja, nicht in unserer Gestalt halt waren. Gut, okay. Am Anfang, wo wir uns erstmal die Mixed-Spiezen freigemacht haben, okay. Gebe ich zu. Da war es ein bisschen. Aber ansonsten jetzt hier. Wow. Das gefällt mir. Ist geil. Ach. So kann es sein. Das ist echt nicht schlecht. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Turbo. Wir haben noch ein paar Sequels zu finden. So, jetzt sind wir jetzt viel kurz hier. Oh, du bist noch eine richtige... Nee, ich habe noch eine normale Rüstung. Mensch, weil da kommt man eigentlich drauf. Also, egal. Achso, wir haben noch ein Secret. Auf der anderen Seite war noch ein Secret. So. Hä, wir haben noch nicht alle Sequels. Schweinerei. Ach, da hinten. Noch ein Secret. Ach ja, ich war auch noch ein. Sind sie... Sind sie echt alles nur 100 da? Alter, wenn wir die drei Rüstung zusammennehmen, nehmen wir jetzt einfach 300 Rüstung. Aber kann man leider nicht kombinieren. Ah, ist das kinder. Wow, achso, ja. Wow. Rain, fuck das Grauen? Wo denn jetzt? Danke. Ah! Ja gut, das hätte ich jetzt lieber gerade eher für eine Rüstung gehabt. Weil wir haben bereits 100 Leben. Andererseits... Warten wir mal ganz kurz. Na komm, guck mal, guck mal im nächsten Level. Ich würde mal im nächsten Level gucken, ob wir auch ein bisschen unsere Sachen hier für... Ähm... Wo müssen wir jetzt hin? Achso, genau. Wir müssen nach oben und dann durch den Tunnel durch. Äh, ob wir unsere Sachen hier für die Rüstung so ein bisschen arbeiten können. Wir haben mittlerweile wieder 90.000 Punkte, warum? Wenn man rennt, die Schritte, die der macht, klingen einfach so falsch. Wo war das jetzt? Das ist auf welcher Seite. Ach da. Ich dachte, das war dann irgendeine Fake Wall, wo wir durchgerannt sind. War ja eine richtige Öffnung. Die haben wir nicht gesehen. Das ist aber traurig. War gut. Hä? How many infected? Dimensions are reality... Was? Keine Ahnung. Kann ich ruhig nicht reden. Who many infected... Also wie viele zirte Dimensionen und Realitäten haben sie erschaffen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wer Englisch kehrt, kann bitte gerne in die Kommentare schreiben. Also das, was da stammt. Jetzt nicht, dass man Englisch kann. Das interessiert mich relativ wenig. Ich meine, es ist schön, wenn ihr nicht könnt. Keine Frage. Aber interessiert mich jetzt in dem... Leck mich am Arsch. Leck mich einfach alle am Arsch. Einfach alle einmal mit Seiten Papier rüber. Ciao. Ciao. Vielen Dank.